Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hunter Classic, kein Carlos Wild, nein, wir spielen tatsächlich mal wieder Classic, denn vor ungefähr einer Woche oder zwei Wochen, ich weiß es gar nicht ganz genau, kam ein neuer Hund raus und da muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf, weil es gab früher schon mal so ein paar Spiele, wo das funktioniert hat, nämlich der Vorstehhund. Und das gab es, ich weiß nicht, war früher, ich damals, wie ist das, Bird Hunter 2003, glaube ich, war so ein Vogeljagdspiel, so ähnlich wie der Hunter, war glaube ich sogar von den selben Publisher, wenn man die alles täuscht, war auf jeden Fall ähnlich aufgebaut. Und da hatte man auch so schöne Spürhunde, die dann das Wild aufgespürt haben und vorgestanden haben und dann konnte man die schön bejagen. Das wollen wir mal gucken, ob das hier im Spiel ausprobiert und funktioniert mit dem neuen Vorstehund. Dann gibt es ein paar verschiedenen Farben, ich glaube, hellbraun, dunklebraun und diesen Mix hier. Ich habe natürlich hier den deutschen Pointer in Schokomix oder so, keine Ahnung, wo das ist, aber Schnüffli ist am Start, ne, wie könnte ein Hund sonst anders heißen, der gerne schnüffelt als Schnüffli. Und wir gucken mal, ob das tatsächlich nicht funktioniert. Flinte dabei, Pistole dabei, Loggers Point hier, oder ist das aber auch Loggers Point, ich kenne die Map schon gar nicht mehr, so lange nicht gespielt, ey. Hasen und Fasan werden heute unser Ziel sein, denn tatsächlich kann der Hund auch andere Tiere finden, sprich, Füchse, Gänse, Kojoten und dann auch Luchse, sehr, sehr interessant. Und Hirsche für Whitehall Island, glaube ich, ganz, oder Whitehall Island, glaube ich, ganz, ganz geil. Aber er ist ab Stufe 3, wie wir sehen, das heißt, wir müssen ihn erst ein bisschen leveln. Ich habe den gerne gekauft, deshalb werden wir jetzt hier nur Rabbids und Birds suchen. So, wir gehen wieder in den Kommando hier. Alles klar, Hund. Dog detection activated. Ja, mal gucken, wie schnell der jetzt hier vor uns vorrennt. Der wird jetzt ein bisschen schnüffeln. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert, ehrlich gesagt. Wir werden das jetzt hier on the fly ein bisschen versuchen. Und ich hoffe, dass der dann gleich entsprechend irgendwas aufspüren wird. Sprich, ich weiß sogar nicht, wie der sich verhält, wenn er was gefunden hat. Aber gut, ich denke mal, so ganz nah in der Hütte werden sie eh noch nicht dran sein. Deshalb werden wir erstmal ein bisschen laufen, bis er dann die ersten Tierchen gefunden hat. Wir werden natürlich so 2-3 Folgen schon damit machen, um überhaupt zu gucken, wie das funktioniert, wie gut er vorsteht. Um ihn ein bisschen zu leveln überhaupt. Und dann mal ein bisschen reinzuschauen. Aber ich habe richtig Bock auf so einen Hund. Das hat eh kein Gefühl. Ich würde mir wünschen, dass sowas auch irgendwann in den Classic kommen. Und klar ist da noch nicht so die Vielfalt der Niederwildarten vorhanden. Das müsste, glaube ich, zuerst kommen, dass du da irgendwie ein paar mehr Hasen hast auf allen Maps vielleicht. Oder halt Fasane zum Beispiel, ne. Was, glaube ich, schon so eine prädestinierte Tierart ist. Oder andere Vogelarten, die natürlich dann auch nicht schlecht wären für sowas. Kann ich eigentlich dem Hund eine Richtung vorgeben? Oder fühlt er mich automatisch zu irgendeinem Tier? Der hätte es natürlich auch nicht so die beste... Ähm... Die beste Schnüffelart hier, hätte ich fast gemacht. Der hat den besten Skill, um mir die Tiere aufzuspüren. Insofern... Wo soll er denn jetzt hin? Hund! Da vorne. Aber wir hören ihn auf jeden Fall... ...schön schnüffeln. Weil ich glaube, schwierig ist es halt echt manchmal, den im Auge zu behalten, oder? Wenn der so im Unterholz, in den Büschen irgendwo ist. Man muss den ja auch schon irgendwie sehen, damit man den richtig deutet. Jetzt ist da die Frage, inwiefern der die... ...die Wildtiere dann tatsächlich... ...ähm... ...runtergehalten bekommt. Dass die nicht direkt abhauen. Das wird dann, glaube ich, interessant zu sehen. Wenn wir dann die ersten Tiere haben. Aber bis jetzt, wie gesagt, Kaninchen und Fasanen. Unser Ziel. Sollten wir hier eigentlich auf der Map ganz gut finden. Ich bin gespannt, ob der hier auch mal irgendwann... ...dann dementsprechend was finden wird. Aber wir gehen erstmal davon aus, ne? Dass er weiß, was er tut. Und er dann irgendwann einfach vorstehen wird. Und damit wir da... ...schön erfolgreich jagen können. Kann ich dem eigentlich nicht sagen, dass ich da hinten hin will? Und? Ich frage mich ehrlich nach, was da jetzt hier geht. Wenn ich dem den Auftrag gebe, äh... ...was zu finden, weil jetzt hier schon so einen kleinen Bogen läuft, ne? Tja, und nach was suchst du deinen Weg aus? Weil der rennt es unten zum Wasser hin. Sind hier irgendwelche Hasen im Wald? Oder will er dann unten am Wasser langlaufen? Ich bin sehr gespannt, wie er sich verhält. Mal sehen. Oder müsste ich vielleicht... Warte, aber kann ich nicht steuern, indem ich einfach hinter den laufe? Oder sagt er sich so, nö, ich möchte trotzdem in die Richtung. Das ist eine gute Frage, ne? Ehrlich gesagt, nicht so, wenn der... ...sich großartig steuern lässt. Der läuft einfach weiter zum Wasser. Aber der Hund ist nix, Hund. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Tja, da bin ich mal gespannt, was er da gleich macht. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich wäre gerne in die Wiesel reingegangen, ehrlich gesagt. So, du musst mal den Hund nochmal deaktivieren. ...dass wir dann da hinten hinlaufen. Hier findet er mit Sicherheit nix. Tja, was machst du jetzt? Jetzt läuft er im Wasser lang, oder was? Okay, das scheint aber nicht so ein... ...so ein eingebautes Ding zu haben, dass er irgendwie sagt, okay... ...ich weiß ungefähr grob, in welche Richtung die Tiere sind. Keine nach Wasser geht, jetzt rennt er im Wasser rum. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat, ehrlich gesagt. Wir lassen mal hierhin kommen. Da kommt mein kleiner... ...perfekt, aber der ist halt trotzdem kreisgelaufen. Man hat da so einen Bogen gemacht, ne? Ich meine, ich hätte ihm gesagt, er soll in die Richtung suchen. Vielleicht über diese Kommandos, dass ich dann immer das Kommando gebe, das er in die Richtung suchen soll. Vielleicht kann ich den so ein bisschen steuern. Ich würde halt gerne mit dem mal was finden, ne? Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Da vorne, in der Wiese. Aber gut, hier an der Küste werden wir natürlich jetzt nicht so viel finden. Wir müssen echt in die Wiesen da reinkommen. Hier im Wald vielleicht ein paar Fasane, die da mal stehen könnten. Er macht halt schon wieder so einen Bogen, ne? Bleib da jetzt, Hund. Rechts. Rechts, 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 rechts. Nein, nicht. Aber warum man diese Kurve eingeschlagen hat, da ganz am Anfang, das verstehe ich nicht. Ich dachte, das führt mich jetzt einfach zu so einem Ziel, ne? Aber anscheinend scheint da nichts wahrzunehmen. Ich weiß ja nicht, was die halt für einen entsprechenden Suchradius haben. Ähm. Und ob der Wind da eine Rolle spielt, könnte ich mir auch vorstellen, wenn man mit dem Wind sucht, mit dem Wind gegen den Wind, dass der Hund das dann irgendwie viel besser wahrnimmt, als wenn du einfach, ähm, mit dem Wind läufst und alles von dem Wind weggeht. Dann hat er wahrscheinlich dann ein paar bessere Karten. Bis jetzt habt ihr noch nichts entdeckt. Bis jetzt rennt er immer noch hier durch den Wald. und sucht die Tiere. Schade, dass es aber nicht so ein Feature gibt, wo du ja einfach alle Tiere suchen kannst. Weil du kannst da entweder auswählen, Rabbit, äh, oder Fasan oder, oder Birds. Ähm. Dann halt dieses Niederwild da, Füchse, Kojoten und so. Und dann entweder Luchse oder Hirsche. Schade, dass da nicht so eine Funktion hat, wo du einfach irgendwas suchen kannst. Wäre, glaube ich, ganz cool. Und so einen vierten Unterpunkt, wie soll ich meinen? Ja, im Prinzip, so spezialisierst du dich halt ein bisschen drauf. Prifest dein, dein Setup darauf aus, deine Waffen. Wenn man da sagt, ich gehe jetzt Luchse jagen oder Hirsche jagen. Dann hast du ja meistens keine Flinte dabei oder sowas. Insofern, ja, vielleicht macht das ein bisschen Sinn. Aber, gut, du hast drei Waffenslots. Insofern kann man da auch schon mehrere nehmen. Jetzt laufen wir noch, nehmen wir noch nicht dieselbe Stelle zurück. Warum ist hier so langsam? Hast du was gewittert? Da unten ist ein Hase. Da unten ist ein Hase. Mal gucken, ob er den findet. Ah, seht ihr den? Ich glaube, ihr könnt ihn schon gewittert haben, ehrlich gesagt. Aber ich will jetzt gucken, ob der tatsächlich dann vorsteht. Der Hase wird uns doch safe vorher wahrnehmen, oder nicht? Er läuft aber zielstrebig auf ihn zu, ne? Er läuft schon auf jeden Fall zu. Also, das funktioniert. Wenn die wirklich in der Nähe sind, dann führt der dich da schon gut hin. Aber der müsste doch jetzt hier irgendwo sein. Okay. Oder ist er jetzt abgehauen? Oh, er steht vor, oder? Na, er steht vor. Da oben ist der Hase. Seht ihr den? Der Hase ist da unten. Und er steht vor. Aber schon mal eine ganz schöne Strecke, ne? Gut, ich habe die Pistole mitgenommen. Wo ist die Luft dann halten? Lol. Nicht mal ein tödlicher Treffer, oder was? Ich dachte, wenn du bist tot, jetzt hab ich mal eben hier easy gemacht. Hätte ich mal die, die, die... das Gewehr eingepackt, war? Ach, scheiße. Das wird dann der wieder nicht hier... Aber warte mal, wir haben einen Hund. Lass ihn einfach suchen. Was? In 145 Sekunden? Wenn er was gefunden hat, oder wie? Dann hat er drei Minuten Zeit. Oder wie sieht das aus? Warte mal, Hündchen. Kann ich dir... äh... Leckerchen geben? Oh, das wollte ich nicht. So. Leckerchen, weil er einen Hasen gefunden hat. Ne? Muss ja belohnt werden, der Gute. Dann gucken wir mal, ob wir den Hasen finden. Guck mal, schon, Level 3 erreicht. Sehr geil, Mann. Sehr geil. Wir gucken mal, ob die Hasen echt erlegt haben. Äh, sonst müssen wir dann nochmal hinterher. Mit dem Hund. Also auf jeden Fall die... Der Anschuss, Körpertreffer. Logischerweise. Wir müssen eigentlich jetzt drei Minuten warten, ne? Oder... Zweieinhalb. Ich weiß nicht, wo der hingeflohen ist. Ich hab keinen blassen Schimmer, leider. Hier, noch eine Minute. Wo ist denn der Hund jetzt hin? Uh, ah da. Die eine Pferde ist halt ziehend, aber das ist noch eine andere. Eine falsche Pferde, besser gesagt. Ansonsten, aber der hätte auch in die Richtung gelaufen, oder nicht? Ich glaube auch, wenn der tot ist, dann wird der den wahrscheinlich nicht finden, ne? Dann wird der den wahrscheinlich gar nicht erst finden, ne? Das ist wahrscheinlich auch das Problem, wenn wir noch haben. Ah, guck mal, da vorne ist ein Pferd. Dafür abgesehen, dass der vielleicht irgendwo hier in den Wischen drin hockt. Ja, ich könnte mich vorstellen, dass das wirklich in diesen bewachsenen Gebieten ziemlich schwierig sein dürfte, da irgendwie. Ein gutes Schussfeld dann zu bekommen auf die Tiere, je nachdem, wie gut der die unten hält, ne? Ziehend. Aber das ist alles die alte Pferde. Und, kannst du schon wieder? Das ist zumindest die noch eine Pferde, ne? Aber ich glaube, der ist gar nicht aktiv, ehrlich gesagt, der Hund. Ja. Ah, jetzt ist es aktiviert. So, hat er jetzt was wahrgenommen? Der geht wieder so langsam, mit Renta wieder. Erste konnte die Fluchtpferde sein, ehrlich gesagt. Und, ist er hier lang? Ich gehe mal gerade so ein bisschen auf die Fährte ab, nachdem, wo der hier runter hinläuft. Einfach, weil ich die Befürchtung habe, dass der Fährt auch tot ist. Was hat er denn hier vor? Er rennt hier lustig durch die Büsche durch. Wo bist du denn, Hund? Hund? Ach, da vorne. Aber so richtig auf eine Richtung kann er sich gerade nicht einigen, ne? Mal da oben, mal hier oben. Da ist noch eine Pferde. Das Problem ist, dass die Pferden ja schon wieder gekreuzt sind. Das ist halt wahrscheinlich eher schwierig. Da vorne ist mein Hund in der Wiese. Ich sehe da auch keine Schweißpferde oder sowas. Nee, er geht wieder schnell. Geh mal hinterher einfach. Geh mal hinterher. Den einen Hase finde ich nicht. Wir finden nur den Champignon hier. Hier geht aber schon auch die Fährte so ein bisschen ab, ne? Wir sind zumindest immer wieder hier diese Fährten auf dem Weg. Jetzt geht aber da rum. Ha, bin ich mal gespannt, ob wir noch ein Tierchen vor die Flinte bekommen hier. Also Chance hatten wir ja, ne? Hätten wir den mal ordentlich getroffen. Da habe ich echt die Power der Waffe ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Da hätte ich gedacht, joa, wir halten da mal einmal drauf und der kippt dort um. Aber das war nicht der Fall. Hm, das ist auch noch eine Fährte. Und der Baum im Weg, oder was? Solange der rennt, haben wir da, glaube ich, nichts zu befürchten. Der macht zwar immer mal wieder Stopps, weil ich, aber ich glaube eher, weil ich dann zu weit weg bin. Maultier hier schleppt übrigens eh nichts. Ne, brauche ich denn hier mal ein paar mehr Tierinnen in der Nähe. Eigentlich immer ein beliebtes Hasengebiet hier. Beziehungsweise Kaninchengebiet. Aber er scheint gerade hier nicht so begeistert zu sein davon. Haben wir hier auch noch einen Hirsch. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ah, okay. Wo ich dann echt diese großen Wiesenflächen, ne? Fasane werden auch mal interessant. Wenn wir die irgendwo aufspüren würden. Aber davon haben wir ein bisschen jetzt auch noch gar keine Pferden gesehen. Davon ist auch irgendwo ein Hirsch. Den wir hören, den lassen wir aber außen vor. Oh. Oh. Na, das sind alles die Pferden hier von den... ...von den Hirschen, die hier irgendwo sind. So, Hundi. War das mit uns jetzt hier? Ne. Immer noch nichts, ne? Das ist immer die Hoffnung, wenn er so langsam geht, dass er irgendwas gefunden hat. Aber der findet einfach gar nichts. Oh, ich glaube da oben ist ein Hase. Ich glaube da oben auf dem Berg. Guck mal, ich sehe die eher als der Hund, ey. Wohl, was ist das da? Eine Geweihstange? Seit wann gibt es die denn hier? Alles klar. Finde ich einfach mal eine Geweihstange und kein Tier. Dass hier auch so wenig sind, der verstehe ich aber auch nicht. In diesen ganzen Wiesenfeldern hier. Da müsste eigentlich die Hasen und Fasane drin sein wie sonst was. Und ich finde hier einfach gar nichts. Ein bisschen mau, ne? Vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von Connors Wild. Äh, wo die Tiere vielleicht ein bisschen... ...freudiger sind. Das kann natürlich auch sein. Ich gehe mal kurz die Stange hier einsammeln. So. Warte mal noch ein paar Tiere hier. Auch die hier schon, ne? 89er Geweih gefunden. So, aber der Hund ist nicht mehr zu sehen. Keine Ahnung, wo der jetzt hingelaufen ist. Ach, der ist hier vor mir. Hat aber weiterhin nix am Start. Ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Cut, ey. Bis der Hund mal irgendwas gefunden hat. Das wird wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern oder so. Ich habe keine Ahnung, wie lange der jetzt hier noch rumrennen will. Aber damit habe ich so ein Tier erlegt bekommen. Wenn wir das hier mal kurz cutten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Der Hund könnte vielleicht ein Pferd aufgenommen haben. Ich weiß nicht, es ist ziemlich langsam. Wir sind hier in einem Hasengebiet. Ich bin einfach ein bisschen rumgelaufen, bis ich Hasenpferden gefunden habe. Hab den dann suchen lassen. In der Hoffnung, dass der Hase noch nahe ist. Und er rennt jetzt zumindest nicht vor. Und er geht zielstrebig in eine Richtung. Könnte sein, dass vielleicht irgendwo da vorne ein Hase lauert. Okay. Level up auch noch. Er steht vor, oder? Er steht vor, aber wo ist der Hase? Ha! Da findet er mal in der Wiese. Ja, abgehauen. Ich glaube, der ist abgehauen. Ja, das ist natürlich das Problem, in der Wiese den dann zu finden. Also, es ist eine super schwierige Jagd auf jeden Fall. Gerade, wenn er den halt nicht unten hält. Und da hinten so ein Gras senk ist oder so. Das hat gar keine Chance, den Hasen zu finden. Und jetzt kann ich locker den... ...Skillware nicht nutzen, oder? Ja. Er scheint halt immer so 200 Sekunden oder ein bisschen mehr... ...deaktiviert zu sein. Aber der Hase war irgendwo in der Nähe. Oh, lässt er unten. Da ist er! Der Hase! Da siehst du doch davor, warum der Hund dann abgesprungen ist. Weiß ich nicht so genau. Und warum der Hase trotzdem sitzen geblieben ist. Vielleicht ist er doch irgendwie niedergehalten worden vom Hund. Keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig. Aber der erste Hase ist diesmal erlegt auch tatsächlich. Nicht wie beim letzten Mal, wo er uns entkommen ist. Mit einem Schuss im Rücken. Diesmal haben wir ihn passenderweise erlegt. Sehr gut, Mann. So, gut. Dann komm mal her hier. Mal den Hasen hier noch drehen. Ups. Und ich hätte hier ein bisschen... Ja, auch wenn du einen Kopfschuss kriegst, ne? Warte. Blub, kannst du da hinsetzen. Geil. Jetzt den Hasen da hin. So. Ja, Jagdbeute ist da. Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Hasen erlegt. Sehr, sehr schwierig, Mann. Ich werde mal gucken, ob ich ein bisschen auf hier Schfelden gehe, um die Fasane vielleicht ein bisschen rauszukitzeln. Mal gucken, inwiefern die sich damit bejagen lassen. Denn die Hasen hier... Gut, in der Wiese ist natürlich dann schwierig zu sehen. Aber der ist jetzt zum Glück nah geblieben. Lass uns aber gucken, wie es dann da aussieht. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Wir haben, glaube ich, einen kleinen Eindruck von der Jagd bekommen. Ist auf jeden Fall nicht leicht. Wird wahrscheinlich noch besser werden, wenn der Hund dann weiter gelevelt ist. Und ein bisschen höher in den einzelnen Skills ist. Dann wird es vielleicht ein bisschen leichter. Aber die Sicht muss man trotzdem haben. Bin gespannt. Wir werden nächstes Mal wahrscheinlich hier Schfelden abchecken. Oder hier vielleicht noch ein Video weitermachen. Mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, dass es erst mal gewesen ist von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, Däumchen nach oben würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.